Ja, Blaser! Sack meinen Knick, ey! Hahaha! Das war die falsche Einleitung an der Zeile! Ja, erzähl mal! Erzähl mal, Arim, was machen wir da? Er ist schon ein bisschen auf dem Weg nach Exoatien. Wir haben ein paar Balletten Bier im Koffer saum. Das sieht man halt, Arim! Komm, warte, warte! Ja, ja, jetzt! Mh! Mh! Ich bin hunderte! Tag aus, ich letzte Woche da bei deiner Mutter da! Sie sagte Kwame ist ein Netter, er ist wunderbar! Ah, ah! Was? Smooth! Da muss meine Freunde, wir sind in Croatia! Rivaska! 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 Ja! Meine Jungs und Pufferjacken, das ist Block-Shit, ey! Sie plottet wie nex-Hase, wie im Moshpit! Nimm sie mit dem Kug zu zweit, wie im Cockpit! Puss den Rauch aus der Lunge, noch im Kopf fit! Ey, Klasse, kannst du mal in die Scheiße da reintreten, bitte? Ne! Doch, doch, was? Nein, tritt nicht in die Scheiße da. Bitte, tritt da mal rein, Alter! Nein, in den Fleck vor dir! In den da? Ja, in den vor dir, Alter! Mh, ja geil, geil, geil! Ja! So, Klasse! Erzähl einmal, wir sind am dritten Tag, Alter! Wir haben gestern keinen Vlog gemacht! Ja, das Ding ist langsam, wir haben kein Geld mehr, sonst geht das Essen aus! Deswegen worken wir jetzt da, Alter! An unserem Abendessen, Alter! Wenn ich nichts anbeiße, dann haben wir halt Stress! Dann haben wir nichts zu essen! Ja! Ja! Und, ja, weißt du... Adin... Ist bei dir schon mal was am besten, Adin? Oh, Nick, was hast du dazu zu sagen? Du hast irgendwie Scheiße ausgesucht! Ja, ich weiß nicht... Du hast doch mit der Hand die Scheiße reingreifen, oder? Ja! Wie hast du das abgeschlebt? Ja! Mit dem Meerwasser da! Das ist schön, schön! Zum Glück, das gibt's ja... Deswegen, deswegen sind keine Scheißfische in dem Wasser da, Alter! Weil da Scheiße drin schwirrt, weil du deine Scheiße drin abgeschlebt hast! So ist das... Ich glaube, da haben wir schon mehr mögen einige Schüsse... Alter, das ist voll die Scheiße, Nick, Alter! Das heißt, ich gebe mal... Das ist voll die Scheiße! Die Angle ist super! Danke schön! Das ist nicht so... Zum Lutschen ist das gar nicht geil! Alter, sind so... Das sind so kleine Nussstücke sind da drin und das... Kratzt dann so beim Sacken, Alter! Ah! Digga, so Pistazien-Cock, Alter! Ist nicht so geil! Achso! Aber jetzt generell... Was hast du gerade gemacht, wo ich dir Eis kauft, oder? Und jetzt? Nein, ich glaube! Und Schosbrot! Und Maiskolben, Digga! Maiskolben, Alter! Ja! Ja! Ich habe einen Putzer drauf, Alter! Da stehe ich mir in den Arsch! Und dann haben wir gerade so... Schosbrot geklaut! Ich schmeiße mich dann ins Wasser! Ja, aber... Die ganze Packung! Die ganze Packung! So eins nach dem anderen, damit die Fische herkommen! Dann töten wir die Fische und lassen sie... Jetzt gehen wir los, Alter! Komm! Schön deutlich reden, damit man so hört auf der Kamera! Ja! Ja! Nikla! Hier habe ich dein Toast! Machst du, Alter! Guck mal in die Kamera! Guck mal in die Kamera! Guck mal in die Kamera! Alter, was hast du getan? Er hat sich wohl reingespüßen! Ist das reingefallen, oder? Ist das reingefallen, oder? Das ist reingefallen, ja! Hab ich da reingefallen! Ich meine, das ist dumm, Alter! Wickeln ist einfach runter, Alter! Ja! Es ist wieder Vlog live, Leute! Erzähl einmal, Eli! Was macht's jetzt grad? Nach vergebenem Angeln auf Fischen! Jetzt fangen wir halt Tau mit der Scheiß an! Das geht zu laut, Alter! Es funktioniert gut! Ich bin echt süß! Es lockst du die Arme, du musst eh nie Hilfe! Zwischen die Beine, Alter! Ich knopfe die Daare, Alter! Ist runtergeklopft! Hast du das gebildet? Ja! Auf jeden Fall! Läuft schon? Ja! Ja! Also, ja! Wir haben gehört mit unserem Slowenischen Nachbarn! Ich bin rausgekommen und hat uns gefragt, ob wir ein Bier holen! Und ich zeigte ja! Wir sind runtergekommen! Gangen! Hat da uns ein super Hilfsvors gegeben! Echt geil! Echt geil! Hat uns da vier Bier mitgenommen! Und dann hat er selber ein Bier getrunken! Und wollte er gehen! Und habe ihm noch Bier angeboten! Und dann hat er es innerhalb von fünf Minuten nach dem Bier getrunken gehabt! Ja, ist da echt so! Und jetzt ist er wieder gegangen! Ja! Aber es war eigentlich... Das war jemand mit Freunden! Der war gut, Alter! Der war gut! Er war gut! Ich war gut! Das ist so! Ich meine, ich klebe so eine richtige Art von mir jetzt. Wir waren jetzt gerade einkaufen und haben so richtig viel unnötige Scheiß gekauft und wir werden die ganze Kuna loswerden. Und jetzt kaufen wir noch mehr unnötigen Scheiß in der Bäckerei und dann immer nur Kuna übrigens hin wechseln, was das Kuna läuft. Prost, Digga! Prost! Prost, Digga!